ja youtube und seine ganzen video projekte große kleine youtuber alle versuchen ja irgendwie immer wieder was zusammen zu machen das problem ist immer die großen youtuber ja gut okay ist irgendwo verständlich die wollen mit den kleinen nicht viel zu tun haben die haben ja teilweise auch mehr wie genug zu tun mit dem was sie machen und von daher ist es immer schwierig mit denen irgendwie mal ein projekt anzufangen ich hatte damals schon mal eine idee gehabt so eine unendliche geschichte aufzubauen mit verschiedenen youtuber leider nicht ganz wirklich von erfolg gekrönt gewesen das ganze ding ich habe lediglich eine antwort darauf bekommen weil es halt eben auch um video antworten ging video antworten im allgemeinen werden eigentlich immer grundsätzlich als allerletztes gemacht das ganze bezieht sich meistens erstmal in erster hinsicht darauf wenn die option gegeben ist ich einen daumen nach oben oder nach unten geben kann ist das immer so die erste variante die man tut aus dem einfachen grunde ist ja eigentlich ganz klar das bleibt in der form erstmal anonym weil ich ja erst wenn ich auf den jeweiligen youtuber klicke wo ich eventuell vermutet habe daumen rauf oder runter zu bekommen in seine liste da rein schaue da steht es ja dann drin von wegen hat video positiv negativ bewertet und so weiter ja so wie ich mitbekommen habe sollen wohl diese daumengeschichten abgeschafft werden finde ich persönlich nicht schlecht habe ich sowieso nie viel sinn drin gesehen in dem ganzen mal schauen was sich youtube dann in dieser zeit noch so einfallen lässt ja dann als nächstes die kommentar geschichten ja kommentare sind schnell geschrieben es gibt immer wieder fälle ich habe sie auch selber schon bei mir erlebt die leute stehen nicht zu dem was sie schreiben somit sind ein bisschen schwierig ich habe es halt auch schon mal gemacht dass ich wirklich auch wie es teils die großen machen einfach mal eine videoantwort auf die kommentare gemacht habe ja ich bekomme in letzter zeit ja zum glück oder leider man weiß es nicht relativ wenig kommentare ich mache auch im moment nicht so ganz viel es wird sich wahrscheinlich jetzt zum winter hin wird sich das wieder ändern da muss ich mal sehen ob ich irgendwie noch mal was lustiges einfallen lassen ja aber wie gesagt das für ein thema kommentare da ist es immer so eine sache da ist immer so ein zweischneidiges gesperrt ja video antworten video antworten finde ich persönlich mega genial ähm hat mehrere gründe einmal halt eben derjenige der die video antwort macht der steht zu dem was er auch meint wenn ich sage das video ist scheiße dann sage ich das in der video antwort ich bin mit dem video nicht zufrieden ich finde das nicht toll aus dem und dem und dem und dem und dem gründen da brauche ich jetzt nicht unbedingt ähm einen daumen rauf runter einen kommentar das video ist scheiße oder müll oder dreck oder was auch immer zu schreiben kann man auch irgend so gut in einem wunderschönen video antwort machen trauen sich nur die meisten nicht äh finde ich persönlich ein bisschen schade ähm naja vielleicht ändert sich da ja nochmal irgendwas ja auf jeden fall werde äh mal versuchen ob ich eventuell als alternative irgendwie ähm ja so ein gemeinschaftsprojekt von kleinen eventuren äh nicht vielleicht mal irgendeiner weise ins leben rufen kann ähm was genau weiß ich noch nicht ich hatte ja mal vor geraumer zeit gefragt gehabt ähm ob wer eventuell eine idee hätte was man mal gemeinsam machen könnte auch was den videoschnitt die effektbearbeitung äh Sound äh Hintergründe und diesen ganzen Völlefans betrifft ähm ja es traut sich wohl keiner ich weiß es nicht ich meine klar über irgendwelche Gerätschaften über irgendwelche Kartons die ich aufmache oder umsonst so einen Kram darüber einen Bericht zu machen äh gut äh das kriegt zur Not auch noch meine Tochter ich meine die ist elf die hat jetzt inzwischen auch schon zwei Videos gemacht die auf meinem Kanal sind ähm ja die hat sie abends mal so nebenbei gemacht ähm also äh sehe ich jetzt nicht so die wirklich große Kunst da habe ich jetzt nichts gegen meine Tochter äh die macht das schon toll aber wenn man dann teilweise so ich sag mal eingefleischte YouTuber sieht viel viel mehr kommt dabei auch nicht raus ja wie ihr vielleicht schon gesehen habt ich hab hier irgendwie mal versucht so mal so zwischendurch äh mal den ein oder anderen interessanten Kanal mit einzublenden ich hoffe es hat funktioniert ähm und ich denke mal es müsste sich auch bestimmt irgendwas machbar es müsste sich bestimmt irgendwas machbar sein ne blödsinn äh da müsste bestimmt irgendwas drin sein was man da halt eben machen könnte ähm in meinem meldet euch es reißt euch ja schließlich keiner im Kopf ab also von daher vielleicht kriegt man ja mal irgendwie so ein Gemeinschaftsprojekt der kleinen YouTuber hin dass die eventuell vielleicht auch mal so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kriegen als zum Beispiel ne LeFloid äh ne Gronkh oder äh Apple War Pictures oder ach ach wer weiß da gibt es so viele äh das sind jetzt die die mir so gerade mal auf Schlagern reingefallen sind vielleicht noch hier YTT oder MrTrashPack oder äh die Außenseiter und 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 das sind alles Gruppen die viel zusammen machen die ein dementsprechendes Equipment haben äh Kameras Beleuchtung etc etc pp und äh da kann ein kleiner YouTuber kann da nicht mithalten äh die Videoergebnisse äh oder Projektergebnisse von kleinen YouTubern werde nie dieses äh ähm Qualitätsformat erreichen äh wie es bei denen zum Beispiel der Fall ist na da kann ich mich auch stundenlang hinsetzen und kann versuchen irgendwelche Lichtverhältnisse oder irgendwelchen Tollofans auszugleichen äh ich werde es mit Sicherheit nicht hinbekommen äh weil einfach äh die Hardware die in der Regel bei den Kleinen vorhanden ist gar nicht irgendwo dafür ausreicht ähm sowas überhaupt äh ich sag einfach mal hinzubekommen äh schreibt kommentare daumen rauf runter ist er abgeschaltet äh oder postet einfach eine Videoantwort wie gesagt ich bin immer zu einer schönen Tag bereit in Anführungsstrichen ich bin mir nicht zu schade mich vor sehr euren Kamera zu werfen zu machen und da kamen wie eine Mails ähm und ich bin immer offen für neue Dinge ich arbeite gerne mit anderen Leuten zusammen und die Sache mal ein Video hin und her zu schicken und das dann gerne zusammen zu schnippeln äh das kriegen wir klein ohne Probleme auf die Hand somit wünsche ich euch einen angenehmen Tag ich hoffe bei meinem momentan sieben Opponenten die ich sehr stolz bin und das ist einfach nur mein erstes und äh die wahrscheinlich regelmäßig schauen ähm dass sich da vielleicht der eine oder andere meldet und vielleicht auch eine oder andere Stelle und wir vielleicht irgendwas um einen dann machen können mal was ganz tolles auf die Beine statt ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal ich wünsche Ihnen einen guten Tag Dein Tisch ist eingedeckt Ich brauch keinen Steck Lecker Du musst dich speisen lassen Schwimmfäcker und back auf deinen heißen Backen